Hallo liebe Leute, heute zeige ich euch, wie man mithilfe von ISOHAND oder Pirate Bay vergleichbaren mithilfe von Diamond Tools, Light und Returns kostenlose Spiele auf eurem Computer laden Als allererst braucht ihr zwei Programme, das zeige ich euch jetzt kurz, das ist einmal Diamond Tools Light und U-Turrent Die Links schreibe ich euch einfach in die Beschreibung rein vom Video Könntet euch immer drauf an auf die Version, aber normalerweise sollte Diamond Tools so aussehen und U-Turrent so Jetzt brauchen wir als allererstes mal die Datei, also den Torrent, den wir runterladen wollen Zum Beispiel auf thepiratebay.se oder com Dann geht ihr auf Spiele, nehmt ein Spiel, was ihr haben möchtet, zum Beispiel SimCity 4 Dann schaut ihr welches ihr haben möchtet mit einer realistischen Größe, klick drauf Dann seht die Seite, lasst euch nicht für diesen komischen komischen Donuts Seichen ablenken und dann klickt auf Get Next Turn Und drückt halt immer auf Zulassen Und wieder Zulassen Und dann bekommt ihr hier Ich hab's jetzt schon in der Liste, deswegen drück ich auf Nein Ihr drückt aber, wenn ihr's noch nicht in der Liste habt, auf Ok So, dann fängt U-Turrent an das runterzuladen Was bei mir schon geschehen ist Und dann steht hier 7 Ein Trick Ein Trick Ein Trick So, dass ihr U-Turrent schneller machen könnt Geht mit der rechten Mausklick Rechte Mausklick Bandbreiten, Ausnutzung und auf Hoch Weitere Tricks zeige ich euch in einem anderen Video So, wenn ihr das runtergeladen habt Dann macht ihr einen Doppelklick hier drauf Und schaut, wo das ist Und schaut, wo das ist Das ist jetzt Wir haben das jetzt hier Ähm In Updata Roaming und U-Turrent Das ist ein Packtier erstmal hier Das dauert jetzt eine kurze Zeit So, jetzt sind wir ein bisschen vorgespult und packt Geht ihr auf Diamond to Slide New Image Hier wo ihr es habt Ähm Ich hab jetzt hier die CD Also es waren zwei CD CD1 Und Ich hab nochmal Und die 2 Und Geht alles jetzt auf CD1 Autorun Und dann installiert ihr das Spiel Wenn steht CD2 einfügen Einfach auf CD2 klicken Doppelklick machen Und meistens auch noch die Crack Also der Crack Oder der Serial dabei Wenn nicht guckt ihr einfach im Internet So, das war's auch schon von mir In meinem Tutorial Heute Fragen einfach mal Und Nein schreiben Schön bewerten Schön abonnieren Wie immer Alles Gute Das war's auch schon Das war's auch schon